Lieber Schütze, herzlich willkommen. Ich bin Emmanuelle von Sennstern, dein astrologischer Lebensberater in Berlin. Und das ist die allgemeine Vorausschau für Januar 2021. Zwischen 1. und 5. des Monats hast du Merkur-Konjunktion Pluto in Steinbock. Am Monatsanfang wirst du zum Kern einer Sache vordringen und damit für Sicherheit und Nachhaltigkeit sorgen können. Du brauchst Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Vorsicht und Rücksicht sind an diesen Tagen die besten Ratgeber. Mit dieser Kombination könnte bald ein Verhältnis oder eine Beziehung beendet werden. Das ist möglich, wenn Merkur und Pluto in Konjunktion sind in diesem Bereich deines Horoskops. Wir haben dann am 6. Mars in Stia eingetreten. Das heißt, bis 3. März 2021 wirst du dich im Alltag zunehmend durchsetzen müssen, damit du gewünschte Ergebnisse erzielen kannst. In deinem Leben kann eine Situation vorhanden sein, die dir keine Ruhe lässt und deine Kräfte überfordert. Diese kann mit dem Thema Geld und Arbeit in Verbindung stehen. Am 8. haben wir Merkur in Wassermann eingetreten. Bis 15. März ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du unter viel Stress und Verspannungen leidest. Dies kommt zur Geltung, wenn du deine Ideen nicht strukturiert und konsequent umsetzt und entfaltest. Wenn man sich mit Inhalten wie Papierkram, Reiseumzug und Bildung beschäftigt, dann hat man einige Hürden zu überwinden und viel Arbeit zu leisten. Wir haben dann am 9. des Monats Merkur und Mars und sie bilden eine Quadratur zueinander. Bis 15. Januar können manche zwischenmenschlichen Beziehungen eine große Herausforderung darstellen, da man sich sehr unter Druck setzt. Geduld ist bis dahin besonders zu empfehlen, denn ansonsten könnte man einen gravierenden Fehler begehen. Zwischen 10. und 11. haben wir Merkur und Saturn mit Jupiter in Wassermann. Es kann eine Sache geben, die eine detaillierte Überprüfung und praktische Anwendbarkeit erfordert. Schriftliche Ausarbeitungen und Papierkram sind gut beeinflusst. Wir haben dann am 12. Merkur Quadrat Uranus. Es kann dir schwer fallen, dich zu konzentrieren und du könntest etwas angespannt sein. Mein lieber Schütze. In den Bereichen der Transport, Technik und der Kommunikation sind Unterbrechungen bis zum Monatsende möglich. Am 13. bilden Mars und Saturn einen Quadrat. Bis Anfang Februar wirst du dich bemühen, ein persönliches Projekt voranzutreiben. Vergewissere dich, dass du das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tust und dass du genügend Ressourcen dafür hast. Die Themen Kinder und Enkelkinder können bis Februar in den Vordergrund treten. Wir haben dann am 13. einen neuen Mond in Steinbock. Gesellschaftliche und familiäre Entwicklungen werden bis Mitte Februar stark auf deine Finanzen sich auswirken. Wir haben dann am 14. Venus, Trigon und Uranus. Eine neue Geldinvestition ist mit dieser Kombination begünstigt. Eine Freundin oder Kollegin kann dir sehr behilflich sein. Auch am 14. haben wir Uranus direkt ins Tier. Bis August 2021 kann ein Jobwechsel infrage kommen. Man sollte sich vergewissern, dass man bestehende Schulden so schnell wie möglich ausgleicht. Zwischen 15. und 17. haben wir Jupiter Quadrat Uranus. Viele Schützen müssen an ihrer Selbstständigkeit arbeiten, damit sie zufriedener sind. Dann haben wir Mars Konjunktion Uranus im Tier zwischen 18. und 20. Januar. Und das heißt, die Umgestaltung und Neuaufbau von Wohn- und Arbeitsräumlichkeiten können bis März besonders belastend sein. Zwischen 21. und 24. haben wir Sonne Konjunktion Saturn im Wassermann. Ein wichtiger Termin steht bei den meisten Schützen bevor. Es kann vorkommen, dass jemand ein Geheimnis vor dir hat. Zwischen 25. und 27. Januar haben wir Sonne Quadrat Uranus. Es dürfte dir schwer fallen, bestimmte Regelungen und Verhaltensrichtlinien zu akzeptieren. Und dies kann mit vielen Verspannungen in Verbindung stehen. Positiv betrachtet wirst du bald eine Veränderung erleben, die dir erlaubt, deine Geschäfte so zu organisieren, dass du Gewinne maximierst. Am 28. hast du einen Vollmond in Löwe. Bis Mitte Februar wirst du neue Möglichkeiten erkennen, um deine Ideen weit über deinen Lebenshorizont hinaus zu entwickeln. Am 29. hast du Sonne Konjunktion Jupiter im Wassermann. Du wirst den Mut haben, die Veränderungen in deinem Leben zu durchführen, die du als richtig hältst. Bildung und Fortbildung können als relevanten Lebensthemen auftauchen. Und dann am 30. haben wir Merkur rückläufig im Wassermann. Bis Anfang März musst du eine schwierige Aufgabe beenden oder eine Sache korrigieren, die schon vor langer Zeit falsch gegangen war. Mein lieber Schütze, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit Januar 2021. Wenn du eine genaue und individuelle Vorausschau für die Zukunft brauchst, kannst du gerne eine Beratung jederzeit bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir einen erfolgreichen Start in das neue Jahr 2021. Viel Gesundheit und Erfolg. Alles Gute und bis zum nächsten Video.